Ich bin Vincent, ich arbeite im Stab Strategie und Transformation als Referent für Public-Value-Strategie bei Dataport. Als öffentliches Unternehmen liegt unser Fokus nicht auf der Gewinnmaximierung, sondern auf der Steigerung des Public-Value, also des Nutzens für unsere Gesellschaft. Ich finde es total super, dass wir uns in meinem Bereich mit den großen Fragestellungen von morgen beschäftigen, nicht nur mit den Herausforderungen von heute. Wir bearbeiten Fragen wie Cloud-Strategien, wie Open-Source in der Verwaltung, die digitale Souveränität und die Zusammenarbeit mit Start-ups, damit wir eine moderne Verwaltung für unsere Gesellschaft in Deutschland gestalten. Wir machen digitale Zukunft. Machst du mit?